KI-Sprachwerkzeuge können wir uns vorstellen wie AssistentInnen, die uns einige Chancen bringen. Sie können Aufgaben für uns übernehmen, arbeiten uns also zu. Trotzdem können sie keine echten Co-AutorInnen sein, wie andere Menschen, eben weil sich keine menschliche Intelligenz dahinter verbildet. Bei wissenschaftlichen Arbeiten geben wir an, dass wir die Arbeit eigenständig verfasst haben. Diese sogenannten Eigenständigkeitserklärungen können wir nur dann moralisch vertretbar unterschreiben, wenn eine signifikante geistige Eigenleistung erbracht wurde. Eigenständigkeit bedeutet hier, dass die Ergebnisse auf eigener Grundlage fußen, wie es in einem Rechtsgutachten der Ruhr-Uni Bochum zum KI-gestützten Schreiben in der Hochschulbildung heißt. Der Mensch, also wir, muss den gesamten Schreibprozess maßgeblich steuern, überwachen und kontrollieren, um eigenständig zu handeln. Am Ende steht unser Name auf der Arbeit und deswegen tragen ganz einfach wir die Verantwortung dafür. Wenn falsche Informationen darin enthalten sind, ist das also allein unsere Schuld und nicht die Schuld der KI. Wir als AutorInnen müssen am Ende unsere Texte, unsere Erkenntnisse und unsere gedanklichen Wege erklären und entsprechend auch verteidigen können. Und dass wir das können, müssen wir uns über die Gefahren von KI-Sprachtools im Klaren sein und uns kritisch mit dem auseinandersetzen, was die Tools uns ausgeben. Die Tools basieren auf Sprachmodellen und Wahrscheinlichkeiten und funktionieren dementsprechend grundlegend anders als Suchmaschinen wie etwa Google. Bei der Generierung von Texten errechnet das Modell sich immer neu, welches Wort sich am wahrscheinlichsten an die bisherige Wortkette anschließt. Somit entscheiden also die Trainingsdaten über die Qualität des Outputs. Man spricht hier davon, dass KI-Tools das Risiko eines Bias, also einer Verzerrung, Stereotypisierung und Voreingenommenheit in sich tragen. Daneben erfinden KI-Tools aber auch immer wieder Fakten, die überhaupt gar nicht stimmen. Allerdings kommt der Inhalt ja einfach oft so eloquent daher, dass man den Falschinformationen möglicherweise recht schnell Glauben schenkt. Auch wenn Sprachmodelle in absehbarer Zeit mit Suchmaschinen verbunden werden und somit auch Zugriff auf das Internet und damit aktuelle Informationen haben, muss der Output trotzdem immer reflektiert und kritisch hinterfragt werden, zum Beispiel durch eigene Recherchen.